Boom! Und damit ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu New Super Mario Bros. U. Ich starte einfach mal ein neues Let's Play, habe ich mir gedacht und... LOL. Das ist der Familien-Account. Und das ist es auch schon. Ich will gerne jedes Spiel, was ich besitze, irgendwie mal durchgespielt haben und ich dachte mir, ja, keine Ahnung, New Super Mario Bros. U. Ist so ein Spiel, das kann man eigentlich zwischendurch immer mal gerne spielen und ja, ich glaube, das war mein Spielstand, den lösche ich jetzt einfach mal. Ich hoffe es. Egal, niemand spielt das Spiel. Bis auf ich jetzt, ja. Ich meine, ich habe es ja schon im Prinzip mit der Familie durch. Und Spielstand Nummer 3 ist sowieso immer mein Lieblingsspielstand, weil 3 meine Lieblingszahl ist und das ist immer super. Ja, ja. Bitte sehr vorsichtig, blablabla. Ah, ah, okay, klar. Ein Spieler. Ach, ich kann gar nicht mit dem Pro Controller spielen. Okay, dann spiele ich halt mit dem Gamepad. Kein Problem. Ich weiß gar nicht, gibt es eine Story. Also auf jeden Fall willkommen zu meinem neuen Let's Play. Ja, Freiheit. Oh mein Gott, die beschießen immer noch das Schloss. Komisch. Und soviel zur umfangreichen Story. Immer diese umfangreichen Storys in Mario spielen. Das Schloss... Warte, es wurde gar nicht... Ah doch, ja, okay. Würd grad sagen. Wurde gar nicht gesagt, dass er Bowser Peach entführt hat, aber... Ist auch nicht so. Hör auf, mich auszulachen. So. Das ist das erste Schloss, was wir besuchen dürfen. Und... Ein böser, böser Typ. Ich weiß nicht, wie die ganzen Leute da heißen. So, wir sind immer Eichenhallen und kein Spiel. Oh. Äh, ich hab die Störung vergessen. Ich hab zu viele Halo Warriors gespielt, dass ich nicht weiß, wie man das spielt. Aber ich glaube... Ja, okay, doch. Mario kann man nicht verlieren. Äh... Also, ich spiel eigentlich relativ... Eigentlich hätte ich das gerne gehabt. Nein. Ich dachte, er kommt vielleicht wieder. Egal. Ähm, ich spiel ziemlich selten Mario-Spiele. Und sowas hab ich irgendwie wirklich nie alleine gespielt. Ist eigentlich lustig. Und das heißt, es könnte sein, dass ich scheiße spiele. Aber ich versuche mal, äh, möglichst... Ach komm, ich kann hier rauf. Mann. Ach ja, stimmt. Man kann ja mit... Ui... Mit ZR irgendwie hochschweben. So ein bisschen. Hab ich vergessen. Muss man auch wieder erst reinkommen, alles. Äh... Oh, geh mal rein. Haha. Ich sag doch, man muss erst reinkommen. Hahaha. Okay. Und da haben wir schon die zweite Coin. Ich versuche es möglichst 100% zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe. Ich weiß nicht, wo die Secret Exits sind und sowas. Ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie sehen kann oder so. Aber ich versuche es möglichst irgendwie zu machen. Kann man irgendwie noch was? Ah ja, das... Ich wollte eigentlich drauf. Huh. Oh Gott. Okay, man kann sie ja auch am Boden treffen, wenn man... ...gerade... ...sicht halt! Haha. Okay. Nein, ich will da runter. Hier gibt's unsichtbare... äh, durchs... Ich... was ist das? Es ist ja nicht unsichtbar, es ist ein Gang. Einfach im Felsen drin, aber von uns bedeckt, weil wir halt... Achso, man kann ja... Oh. Okay. Man muss erst... Ja, also ich hab so viele... Ich guck mal bitte an einen... ...oder mehrere besser gesagt... ... von den alten Mario-Spielen... ... so ein Let's Play. Hier ist übrigens ein Checkpoint. Keine Ahnung, ob jemand... ... bis es Leute gibt, die das Spiel nicht kennen. Und da kann man halt keine Arschbombe machen mit den alten Spielen und das hat mich grad irritiert, dass man da... ... statt... ... statt sich hier zu drehen, diesen Spin... ... zu machen... ... äh, dass man nicht so durch den Boden brechen kann. Und wir haben Level-Up. Kann man nicht rein. Ich stirb. Obwohl er eigentlich nett ist. Was kriegt man dafür? Wahrscheinlich nur ein Item? Oh. Okay, wenn man ein gutes Item hat, dann kriegt man nur ein Level. Äh, ein... ... One-Up-Level. Hier gibt's keine Level. Bah. Und ja, ich hab immer noch den Drang, alles zu sammeln. Das heißt, ich... ... werde möglichst jede Box... ... anspringen. Weee. Wuhu. Ach, hier zeigt er mir das. Alter. Ich will nicht an der Wand kleben bleiben. Genau, man kann auch ein bisschen an der Wand kleben bleiben. Das ist übrigens das beste Item hier, glaub ich, im Spiel. Ich mag immer die Flug-Items. Am liebsten. So, ich versuch mal alles zu nehmen. Ah! Schon verkackt. Wuhuuu. Pfff. Shit. Nein! Mann, ey. Hätte ich das gewusst, dass da die Coin ist, hätte ich mir aufgepasst. Oder mich gleich durch die Mitte runtergestürzt. Hä? Wieso komme ich aus derselben Röhre wieder raus? Okay. Uuuuh. Yay. Ah, okay. Kann mir auch lieb sein. Keine Ahnung. So. Jetzt können wir leider nicht mehr schweben. Oder fliegen oder so. Oh Gott. Die Insel. Ist klar. Okay, nur Münzen. Ja gut, ich werde nicht ganz alles einsam. Das wäre auch schon für mich übertrieben, aber... Zumindest größtenteils. Warte, wie macht man das? Hier gibt's einen Dreisprung, das weiß ich. Ach, egal. Scheiße. Man kriegt doch... Krieg muss... Sammelt man hier auch goldene Fahne oder so. Dann muss ich hier nochmal rein. Äh, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Aber das werden wir, glaube ich, gleich sehen. Mal schauen. Ja, ich weiß es nicht. Wir gehen einfach mal weiter erstmal. Erstmal weitergehen und gucken, was es hier noch so gibt. Also, ja. Ich weiß gar nicht, ob man das spielen sollte, wenn man sich gut auskennt oder so. Ach, egal. Ich spiel's einfach was. Weil ich viel Lust drauf hatte. Oh mein Gott, dein Secret. So. Und ich hoffe ihr hört den Control nicht so laut. So, da geht's in den Untergrund irgendwie voll das typische Muster. Erstes Level grüne Wiese und so weiter. Zweites Level... Husten. Nein, zweites Level... Äh doch. Kratzen im Hals. Zweites Level, äh... Höhle. Das ist irgendwie... So typisch. Keine Ahnung. So. Yeah, Münzen! Nein. Eigentlich ist es total unnütz, die einzusammeln, bis auf dass man Leben sammelt. Solange man nicht stirbt, ist es aber vollkommen egal. Hm. Aber vielleicht werde ich doch schon noch sterben. Ich weiß es nicht. Ich meine... Nein! Huiiii! Hui geht's nicht weiter... Ah! Oh Gott. Ich dachte schon, das wär was Böses. So. Hey. Hui. Aha. Aha. Schön Punkte sammeln. Ich weiß gar nicht. Ich hab nie auf den Score geachtet. Von Mario. Ich öffne nie auf den Score geachtet. Ich öffne nie auf den Score... Oh, der... Ich hab doch... Blah. Ich hab doch definitiv was verpasst. Kann mir doch keiner erzählen. Nein! Alter. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Schon? Hä? Oh Gott. Dum dum dum. Ich glaub mit nem normalen Controller wär mir das echt lieber, aber... Ich werde gezwungen mit dem Wii U Pro... äh... Gamepad spielen, Alter. Mann, dann geh ich halt hier rauf. Die Zeit läuft schon ab, ey. So. Jaaaaa... Jaaaaa... Oh, das war die erste. Okay. Oh. Arschattacke. Arschattacke vor allem. Arschattacke. Oh. Ist so klar. So. Wieder ein kleines Secret und... äh... Mittelpunkt. Yeah. Ich krieg Applaus, weil ich so cool bin. So. Da ist ne Blume drin. Ja. Ich wusste es noch. Und hier ist... Also das Level kenn ich noch irgendwie. Irgendwie hat man das tausendmal gespielt. Okay. Ich weiß es nicht. Irgendwie schon. Aber es ist ja... Es ist meistens so, man... Man spielt einfach die ersten Level. Wie soll man denn? Ja, das war jetzt dumm. Sehr dumm. Uh. Ganz viele Münzen. Ups. Nein. 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 Okay, war klar, dass die irgendwann verschwinden. Okay, brauch ich nicht. Ups. So. Um. Oh Gott. Also, das ist ja... der Wii U Teil. Es gibt ja irgendwie noch 2000 DS Teile. Dann gibt es... noch ein V-Teil und alles. Ich weiß nicht. Ist irgendwie immer das gleiche. Bis auf neue Items oder so. Was ich nicht ganz verstehe. Also, klar versteh ich das, aber... Find's ein bisschen traurig, dass sie zum Beispiel... Super Mario 3D World... 3D World... ähm... ein bisschen ähnlich aufgebaut haben und es ist kein 3D mehr, sondern irgendwie genau das gleiche Levelsystem. Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es schade. Oh my god. Irgendwie fehlt uns die zweite Münze. Oder das ist die zweite. Nein, das ist die dritte. Dachte ich mir. So. 117 Mario Sekunden bleiben noch übrig. Weiß nicht ob ich, komm ich noch. Wo könnte die dritte? So. Okay. Yay. Was? Keine Münze. Keine Münze. Keine Münze. Aber da ist doch noch was. Hey. Gibt's eigentlich auch den... Hallo? Egal. Ich glaube, ich gehe erst mal durchs Ziel und gucke dann. Ich glaube, also die habe ich glaube, die haben wir früher, glaube ich, auch immer gesucht. Die zweite hier. Offensichtlich ist sie ziemlich fies versteckt. Egal. Wir werden es noch rausfinden. Bevor die Zeit abläuft natürlich. Äh. Ja, drei Sprung. Ach ja. So macht man das. Stimmt. So mal schauen. Gibt's... Ne. Gibt's gar keine coolen Farben... Äh. Fahnen zum Sammeln oder so. Weil... Lol. Das habe ich früher so selten bekommen. Jetzt plötzlich einfach gleich beim zweiten Versuch. Tausend Dank für deine Hilfe. Greif zu. Oh, ein Pilz. Boah. Okay. Was erwartet man in der ersten Welt? Wobei es sich, glaube ich, auch nicht bessert. So... Was passiert denn nun? Im Schluss. Oh nein. Peach. Oh mein Gott. So, das ist unsere Itemleiste. Die können wir dann nutzen, falls wir scheiße sind. Nein, falls wir zum Beispiel klein sind und das Level verlassen, dann bleiben wir klein und... Dann können wir mit... Äh, ich weiß gar nicht... Hä? Ach, B. Inventar. Ähm. Ein Item benutzen. So. Wir suchen jetzt die zweite Coin. Bum, 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 bum. Bum. Hä. Loy. Level ab. Man kriegt ja ziemlich schnell Levels, also. Oh. Wee, wee. Gibt's hier eigentlich... Ne. Ich wollte gerade sagen, gibt's hier sowas wie einen Weitsprung? Das ist ja irgendwie cool. Hä? So. Ich muss darauf aufpassen, dass ich nicht die... den Moment verpasse, wo die erste Coin wäre, weil... Ab da? Ach, hier ist sie. Okay. Ab jetzt muss ich aufpassen. Äh, so. Ich würde sagen, ab jetzt. Hm, da oben vielleicht. So, ho, ho, ho. Ach, komm. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, hier war draus. Okay, ich glaube, wir haben sie. Die Musik ist komisch. Oh. Kanone. Ui. Vor allem eine Kanone. Nein, es ist eine Röhre, aber egal. So. Dann schaue ich mal, ob ich irgendwie noch eine Feuerblume herkriege für nächstes Level. So. Ich glaube, früher habe ich auch nicht gecheckt, wie man das da öffnet, dass man da eine Arschbaum machen muss, um das zu bewegen. Okay, keine Feuerblume. Ist egal. In den ersten Levels... Levels ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn man keine Feuerblume hat. Beziehungsweise kein Item an sich. Ui. Und noch ein Level... One Up. Level Up. Sag mal Level Up. Ist ja fast das Gleiche. Nein, es ist nicht wirklich. Hm. Äh, gab es hier schon ein... Ja, ich glaube, hier gab es auch noch ein Secret Exit, aber darum kümmern wir uns nicht. Hier ist ein Pilzhaus. Ich glaube, das benutze ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es benutzt. Ich glaube, man kann es nie wieder benutzen. Und das wäre schade. So, da geht es hoch. Hier geht es hoch. Alles voller Zahnräder. Aha. Lol, ich hatte Glück, dass das gerade... Oh ja, Eisblume. Stimmt, Eisblume kommt eigentlich... Stimmt, Eisblume ist eigentlich das Coole. Na, wobei, das Flug-Item ist immer cool und Eisblume kommt danach. Die Feuerblume ist immer doof. Ich mag die Feuerblume nicht. So. Oh, oh. Ops. Jetzt habe ich mir eine Plattform zerstört. Aha, ich bin so dumm. Egal. Oh, okay. Die kann man nicht vollständig zerstören. So. Irgendwie werde ich die ganze Zeit diese Mario 3D-Steuerung benutzen. Die ganze Zeit irgendwie so ein Hochsprung, also mit ducken und dann springen. Und ein Weitsprung. Ich weiß auch nicht, wieso. Komisch. So, man muss hier halt auch aufpassen, ob hier nicht irgendwelche durchsichtigen Wände sind. Durchsichtigen. Y und ZR. Achso. Okay. Ich glaube, sonst habe ich auch immer mit W-Fan-Bedingung gespielt, weil man das... Also, wie gesagt, habe ich das eher mit meiner Familie gespielt und dann hat man keine andere Möglichkeit, als mit der W-Fan-Bedingung zu spielen. Das wusste ich noch. Also, manche Sachen weiß ich noch eindeutig und irgendwie... Ja. Nein, 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 nein. Okay. Uh, uh, uh. Ah, kacke. Ich habe A gedrückt. Oh Gott. Oh Gott. So. So. So, da hätten wir nochmal zwei. Oh Gott. Ich glaube, die können mich auch zerquetschen. Also, klar, können die mich zerquetschen. Deswegen sollte man das möglichst vermeiden. So. Ich glaube, ich lasse das hier auch so, dass ich so 20 Minuten Parts bringe. Ich glaube, das ist ganz okay. Und schafft man ein bisschen. Am Anfang schafft man natürlich mehr, weil es einfach ist, aber ich lasse mir immer eh Zeit. Das heißt, selbst am Anfang ist es für mich... Also, werde ich wahrscheinlich lang gebrauchen. Oh ja, ganz viele... Oh man. Konnten nicht alle in einem Sprung mehr kriegen. So. Zack. Ähm. Okay. Äh, da oben vielleicht was. Okay, da ist sie. Oh. Das wäre natürlich viel cooler gewesen, wenn ich mich von Anfang an hochgeschossen hätte. Hui. Guck. Ich weiß gar nicht, wofür der Drehsprung ist unbedingt. Na gut, man schießt Sachen. Aber... Ja. Ja. Unser erster Boss. Yeah. Zwischenboss. Brim, brim, brim. Ja, wieso bleib ich einfach stehen? Ich bin doch dumm. Wieso bleibt man einfach stehen? Bam. Uh, bam. Okay. Dann hätten wir genau 20 Minuten perfekt gefüllt. Yay. Okay. Cool. Dann hätten wir unseren ersten Part bei New Super Mario Bros. U abgeschlossen. Und wir haben unsere erste Burg eingenommen. Yes. Mit einer weißen Fahne. Steht das nicht für Frieden? Oh. Hey, Miiverse, kannst du deine Spielerlebnisse und Gedanken mit anderen teilen? Nein. Ich möchte nicht. Peter. Wow, ich hab's endlich geschafft. Ist schon traurig, wenn man im zweiten Level schreibt. Hallo, ich will nicht. Ich bin eh grad nicht im Internet. Alter. So, egal. So. Komm. Fertig. So. Und gleich merkst du, oh, ich hab kein Internet. Oh. Ja, okay. Danke. Okay. Dann werden wir uns... Oh, hier liegt ne Eichen. Yay. Inventar. Unser Inventar füllt sich. So. Also hier müsste eigentlich ein Secret Exit sein. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann oder so. Ich weiß es einfach noch. Und wir sehen uns dann bei dem Yoshi-Hügel in Eichenhallen. Ein drittes Level. Yay. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem ersten Part. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.